Bitte das entstandene Blau mit Gold mischen. Hey, gerne mischen wir diese Farbtöne miteinander. Diese Farben sind in den letzten beiden Videos entstanden. So nun, wie in jedem Video gebe ich euch einige Tipps, welche Farbe am Ende entstanden ist. Die entstandene Farbe ist ein dunkles Türkisgrün mit metallischem Effekt. Außerdem ist es gleichzeitig der Name einer Edelrostart von Kupfer. Es handelt sich um folgende Farbe. Patina 45 Metallic. Nun zeigen wir, wie die Farbe an einer Wand aussieht. Das machen wir aus folgendem Grund. Um einfach so wenig wie möglich Farbe zu verschwenden. Außerdem finde ich diesen Farbton mega cool. Der passt perfekt zwischen den anderen Farben. Wenn du diesen Content feierst und uns unterstützen willst, dann abonniere doch diesen Kanal. Außerdem würdest du keinen weiteren Fortschritt mehr verpassen. Das ist der aktuelle Stand der Wand. Was sollen wir als nächstes mischen?